In allererster Linie müssen wir uns aber die Frage stellen, was ist denn das überhaupt für ein Tatvorwurf? Der Tatvorwurf lautet Betrugsverdacht, also wirklich nur ein Verdacht auf einen möglichen Betrug. Michael Ballweg hat mehrere Spendenaufrufe gemacht für Demonstrationen und hatte auch eine familiäre Stiftung, um sich selbst natürlich finanzielle Mittel zukommen zu lassen über öffentliche Spendenaufrufe. Jetzt stelle ich mir die Frage, was ist daran verboten? Nichts. Also es ist nichts daran verboten. Völlig legitim. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten.